malzeit freunde jetzt nur gelandt wird kommt zurück bei zwei rosen drängen oder packen das für vier ok sie sehen krass aus und voll die opfer dann ja brauche ich jetzt eingefündet stirbt doch was aber so was auch das ist aber drauf nicht hoch warum sollten wir auch bist du mal so nicht zu spät tag tag und zünden freunde ja ich hab's tatsächlich nichts drauf das blaues auf der mauer was drauf sehen was geht natürlich nicht doch gut das dachte ich auch nicht wir gehen als erstes hier rüber ich glaube das andere ist nämlich der hauptweg dann rüsten wir erstmal die eis magia haben wir dann schütteln wir sparks haben wir auch gemacht aber scheiße so haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir die lustig unterwegs wo wir die jungs ich glaube den nebenfahrt haben wir damit komplett abgeschlossen und dann kommt man jetzt nämlich auch hier rüber aus der luft gesniped das war es schneller danke und kann aufgeräuschen so So, was ist hier oben? Feuerwerk, nice, 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 nice. Kommst du mit auf mein Niveau runter? Danke. Sehr freundlich, Mr. Zauberer. Ich höre einen Eierdieb. Eldred. Eldred. Krasse Hörner, Bro. Da wird vielleicht mal da sprinten können. Ja, gut. Er spaziert hier einfach halt rum, ne, so ganz entspannt, so. Ach, na ja, easy going. Ich glaube, hier geht es zum Ende des Levels. Das ist ja egal, ein bisschen Camper, oder was? Das unterbinden wir auch mal ganz schnell, ne? 1.000 Dollar auf den Drachen. 1.000 Dollar. Ach, ja. Schubst mich doch da nicht runter, Brodi. Ciao. So, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Wir haben noch einen Zickenback. Bugs. Und dann haben wir so ein Viech. Komm hier runter, ne? So, oben geht's nach Hause. Kein Problem. Höp, 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 höp. Moin, Chef. Warte, nicht schon. Warte, war den Namen nicht schon. Gut gemacht, Spyro. Wenn du so weitermachst, kennst du bald alle Tricks der Welt, der magischen Künstler. Klingt doch schon mal ziemlich vielversprechend. Viel fehlt nicht mehr, aber ich glaube, das reicht hier nicht. Hier kommen wir wieder zum Anfang. Okay. Aber hier unten war noch ein Weg. Was geht hier? Schlafende Bestien. So. Und da hinten war, glaube ich, auch noch Feuerwerk. Oh, 500. Oh. God damn. Wie kam ich denn zu dem anderen Feuerwerk? Ich glaube, das hast du hier liegen lassen. Sparks, was ist denn mit dir? Und vor allem, wo ist der Eierdieb? Also ich sehe die Strecke von dem Eierdieb, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Obwohl, ich weiß, das ist wahrscheinlich doch. Auf jeden Fall müssen wir noch hier. Ja, ist klar. Müssen wir, by the way, vorsichtig sein, Freunde. Wenn das explodiert, kriegen wir Schaden und könnte uns unterkugeln. Deswegen einmal hin und her gleiten. Warten, bis es explodiert ist. Dann sind wir auf jeden Fall safe. So, hier ist Mr. Eierdieb und der letzte Drache. Calvin, Junge, es geht. Schummel. Die blauen Diebe haben auch außerhalb der Welt der magischen Künstler Eier gestohlen. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Boah, das sind Truhen, ne? Du siehst halt immer nichts, wenn du durchstrascht. Das ist logisch, dass wir gerade raus mussten. Boah, der ist echt schnell, der Dude. Also eigentlich sind die alle gleich schnell, aber hier kann ich halt nicht abkürzen, ne? Ach, das war meine Chance. Das war meine Chance. Das war ja, es ist zu langsam, aber es braucht zu viel Zeit. Och, come on! Hier in den Kurven macht der echt Druck, ne? Jetzt haben wir noch. Puh, geht doch. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Looten, Tenten. Und dann haben wir es auch schon, meine Freunde. Ja, aber ich werde nur noch nicht, weil wir auch irgendwo, was fehlt. Die Frage ist halt nur, wo? Nicht alle Drachen, ja? Da, das ist am Anfang der Welt irgendwo. Puh, da müssen wir halt doch nochmal eine kleine Runde drehen, meine Freunde. Ach, Bruder. Hab' ich da nicht vorhin hingeguckt. Ich hab' mit der, ach, ich war hier mit der Treppe beschäftigt. Na gut. 4,500. 4,500, der hat sich auf jeden Fall, das Level, ne? Also mehr als es sonst gibt auf jeden Fall. sonst ist ja noch zwei drei oder vier hundert und doch sind wir schon wieder wo wir ihn raus gekommen sind und übrigens by the way auch am ende dieses videos ich spreche jetzt stellen unser heimatportal sagt sagt weg nach hause freunde und sage macht's gut bis zum nächsten mal